wieder wechseln, dafür generiere ich wenigstens noch ein bisschen hp das sind die situation vielleicht doch besser ein bisschen die kleinen ja abfahren zum hp farmen ich war immer gegen drei hp pro profi wieder ja zack level ab zack zack hier ist noch ein erz da ist die kiste habe ich hier den key drin vielleicht für die gefangenen nicht auch nicht mach mich ja geht da geht 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 Ja, das war's. Das war jetzt zwar ganz nett, aber nicht das, was ich gerne wollte. Ja, in die Richtung muss ich. Guck mal, Heilkraut, Baumwolle, was haben wir hier? Uff. Ich kann schwimmen und was kannst du? Nichts. Richtig. So, hier oben sollten doch die Ritter jetzt sein, oder? Ja, vielleicht. Okay. Bitte, ich habe dir gern geholfen mit meinen Vorräten, die ich gelootet habe. Was kann ich hier herstellen? Ah, sind eine Händer. Ja. 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 erst mal an Ja, das Ding macht jetzt natürlich Schaden. Und das hält jetzt einiges aus. Das ist schon geil. Ah! War nix. Alles gut. Ja, dann wollen wir doch mal gucken. Was der blaue Strahl hier rechts von uns ist. Ich meine, wir haben jetzt eine Waffe, die doppelt so viel Schaden macht wie unsere alte. Ja, easy zerlegt. Ach hier, beschützt die Ritter. Ja, bonus event. Das ist ja lekt, Junge. Keep it in Loot. Ja, das ist doch schön. Immer schön. Immer schön rauf damit. Oh, und was bist du? Aber den Speer möchte ich gerne noch upgraden. Das ist aktuell meine stärkste Waffe. Ähm, hi. Habt ihr noch ein paar Speere für mich? So ein Speer mit HP-Generation würde ich toll finden. Oh, ich bin schon. Oh, ich bin schon mal. Oh, ich bin schon mal. Das war's für heute. Einfach nur krank. Meinst du vielleicht, dass ich dann so gesehen auf E benutzen mache und nicht mehr auf C? Das war's für heute. Was haben wir hier schon wieder? Noch ein Bonus-Event. Oh mein Gott. Stirbt! Easy! Ähm, ja. Ich bin hier erstmal zusammencraften. Ja, sehr schön. Ich bin begeistert. Oh, ein Schildchen mit mehr HP. Oh, sehr schön. Was haben wir hier Schönes? Nichts weltbewegendes. Ja, gucken wir mal an. Jetzt haben wir schon fast 200 HP. Und macht 43 Damage. Wir haben den Blut noch gar nicht angeschaut. Ja. Das rote Icon ist so gesehen, dass er Angriffsschaden dazu hat. Und das blaue Icon ist die Rüstung. Grün ist HP. Bei blau hat er zum Beispiel jetzt 7,7% und nochmal 7% drauf. Bei grün hat er 7% und Bonus-HP. Bei rot hat er nochmal Bonus-Schaden. Beim Speer ist das wahrscheinlich dann die Rüstungs-Durchbrechung. Weil hier hat die Waffe HP-Generation und hier hat die Waffe mehr Schaden. Wir können ja gleich mal, äh... Wir können ja gleich mal zu den... Wo ist denn das hier? Nein, 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 das ist ein neues Gebiet. Da gehe ich jetzt erstmal nicht noch hin. Ich müsste doch eigentlich hier irgendwo... Hier, jetzt gehen wir erstmal noch ein paar Rattenschnetzel. Hier, jetzt gehen wir erstmal hin. So, auch hier habe ich jetzt nochmal einen Speer mit HP dazu. Aber der ist natürlich massiv... Er bringt mir ja 4 HP pro Angriff. Das wäre mächtiger als mein Schwert. Aber er ist schlechter als mein Speer. Vom Schaden her. Noch 20 Minuten? Was ist denn 20 Minuten? So, Radis. Dann gehen wir mal. So, ich bin mir mal ganz, äh... So, ich habe mich damit, einnach信 nach, So, ichHO-Dinget.